Und damit herzlich willkommen, liebes Universal Let's Play Let's Play Let's Play 2 mit dem Bösen Chaos Joker. Wir starten die vierte Kampagne. Und wir werden Benzin holen müssen. Genau so ist es nämlich. wir werden ein bisschen Diesel besorgen für unseren Retter und so und ja kommen die denn schon wieder alle her ja und ich werde jetzt mal wieder ja 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 dann ich nehme ich nehme ich nehme ich nehme ja ja und ich werde jetzt und ja ich werde und ich werde und ich werde Gott verdammt müssen wir jetzt schon heute auf den Hals setzen das geht gar nicht ein der Einzelnen um ja und es ist nur wieder Zeit haben festgestellt ein paar Leute zu müssen weil ich das fand ich mir gemacht habe zum einen möchte ich unseren guten Luxi der jetzt den zweiten Teil der die Reihe angefangen hat das den Fall einziehen zusammen mit und es ist ein und das hat es geht ja auch direkt möchte ich mal meinen auch sehr cool es ist mir sogar ehrlich gesagt lieber als GTA ein ja hier in diesem Abschnitt werden sehr viele Witches kommen das kann ich euch jetzt schon mal garantieren deswegen deswegen mag ich diese Kampagne nicht ganz und die und es ist wie ihr seht auch in der Lage sind durch die Gegend zu wandern dann müssen wir Falk 1 Mugger dann müssen wir ein wenig vorsichtig sein wir brauchen ja wir brauchen wir brauchen der Jogging ist mein ich würde sagen gehen wir schnell über die Rampe solange die waaaaaah fahaaaah geht Jackyya Charger Leute hallo Danke. So, ich bin schon wieder fast tot. Geil. Ach, ist das so kacke hier. Los, halt mich einer. Hallo. Danke, Nick. So gütig. So, ja. Ähm... Muss ich mir jetzt sagen, hier. Ah, da über den Trader, genau. Ähm... Ja, ähm... Was wollte ich sagen? Ja, die Witches sind wesentlich gefährlicher in diesem Teil. Gefährlicher vor allen Dingen. Und, ähm... Weg mit euch. Weg mit euch. Ah, fuck, Smoker. Hallo? Dankeschön. Scherz. Okay, das war dumm. Aber, ähm... Man ist jetzt hier, oh. Gottverdammt. Ähm... Ja, und es ist bei Ihnen, kann es da sein. Ja, ja, die Versinnig. So, und, ähm... Ja, hier werden viele Witches kommen. Und, äh, ich wollte noch weiter grüßen. Grüßen möchte ich dann auch noch... Äh, Malkop Mausi, die immer noch rumzickt, aus welchem Grund auch immer. Soll mir jetzt auch egal sein. Sie sollte mal lieber ihr Let's Play weitermachen. Weil ich hätte meinen, dass es jetzt, wer auch nur die Macht hat, um mir einen Gefallen zu tun. Er hat eine Befadet. Äh, dann müsste ich noch... Und, äh, ich werde den nicht vergessen, wie er heißt. Ähm... Soll man direkt unter Luxi drinnen? Fuck, Charger, komm her, Junge. Äh, Mist. Yeah. Na, fuck, Junge, ey. Au. Ich bin hier in Folge. Fick day. Oh, goddammit. Äh, naja, gut. Ich soll vielleicht weniger Labern essen. Jack's Jockey. Ähm... Ja. Was, äh, wollte ich sagen? Ich wollte sagen... Ja. Ähm, Angel, Angel, Dings, irgendwas. Ja. Auch ganz cool, ein Let's Player. Könnte die euch auf jeden Fall auch reinziehen. Äh, ist verlinkt. Bei mir. Auf dem Channel. Ähm, ja. Chat battles. Das sind wir hier. Granatwerfer. Aber nicht. Weg mit dir. Oh goddammit. Give me a minute to me see here. Ja, und ähm... Hat auch ein cooles Projekt. Ein eigenes Spiel gemacht. So ein RPG-Spiel. Auf jeden Fall sehr cool. Ähm... Das solltet ihr euch reinziehen. Ähm... Ansonsten grüße ich noch alle Let's Player grüßen. Aber... Ob in sie meinen, mein Gruß nicht hören werden wahrscheinlich. Also ich meine, damit sollte die, ähm... CK, Suishimaru, Deathmig. Beispielsweise. Also alles, alles Namen, die die ein oder anderen schon gerade haben, von euch. Ja, und ich würde sagen, demnächst ist ein Special fällig, weil, ähm... Goddammit, ich hab 50 Abonnenten, ey. Es ist... Da komm ich immer nur so... Da komm ich noch nicht so ganz drüber klar. Und, ähm... Yeah, fucking Jockey. Ja. Oh, fuck it. Guckt der denn jetzt her? Fuck you. Ja, und, ähm... Ja, weg mit euch. Und, ja, ich seh schon, die sind schon wieder ziemlich knapp. Ich vergesse auch, wie sie sagen, wenn ich ständig die Holste bei stellen, wenn ich irgendwas sagen, das geht mir voll auf die Nüsse. Ähm... Ja, Gott, damit ich hab 50 Abonnenten, denn ich hab 50 Abonnenten. Also, als ich von einem knappen Jahr angefangen hab, hätte ich nie gedacht, dass überhaupt so viele Leute sich das ganze Jahr angucken von mir. Dass es Leute gibt, die mit mir zusammen die Zeit rutschschlagen, indem sie meine Deathless gucken. Ähm... Hätte ich nicht gedacht. Ja, ich kann ja auch mal ein bisschen... Ja, es gab einige, die haben schon gefragt, ob ich halt Left 4 Dead 1 mache. Ich würde Left 4 Dead 1... Ich würde Left 4 Dead 1 machen, allerdings, äh, wenn dann als Let's Play Together. Ähm... Ein gewisser Goldwerb-Fan, aka Killer Flash, hat da schon entsprechend Interesse angemeldet. Ähm... Ich muss nur mal sehen, wie ich das Ganze mache. Ähm... Ich hätte gerne eventuell nur Luxi... Luxi dabei. Beziehungsweise nicht nur Luxi, sondern auch, ähm... Ah... Maulkorb-Mausi. Aber auch hier wieder die Sache. Gerade mit... Gerade mit Maulkorb-Mausi. Ähm... Sie hat das Spiel noch nicht. Sie müsste es sich besorgen. Und da hängt die Zwiebel schon wieder am Haken. Ja. Komm weg, weck mich, geh weg. Ähm... Ja. Ah, äh, Char-Char, diesmal nicht, Freundchen. Diesmal nicht. Oh, toll, jetzt hat mich ein Smoker. Wow. Leute, hallo. Danke. Danke, Rochelle. Smoker, wo bist du? Dummer Penner. Okay, das Selfroom ist da rum. Ich denke, das kriegen wir in einem Zug jetzt gebacken, denke ich. Aber wenn ich kurz vom Abnöbeln bin, den ich gerade sehe. Aber das ist nicht so schlimm. Alle Render, wenn's geht. Danke. Türchen zu. That's how it's done, right? Und ich schneide einfach den Rest jetzt hier raus und sag hier schon mal, ähm... Bye bye. Bis zum nächsten Abschnitt. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Marion. Untertitelung des ZDF, 2020